Sehr geehrter Herr Dr. Ciao, Generalkonsul der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Lieber Christoph Kübler, Mitglied des Stiftungsrates des Liechtensteinischen Landesmuseums. Sehr geehrter Herr Wu, Konsul der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Sehr geehrte Frau Li, Konsulattaché vom Generalkonsulat der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein. Dear Mr. Wu Wei Zhang, Artist and Director of the National Museum of China. Liebe Christine Böhmwalder, Leiterin der Philatelie Liechtenstein. Liebe Hermine Haug, Präsidentin des Vereins der Freunde des Liechtensteinischen Landesmuseums. Liebe Cindy Li, Chief Representative Asia Pacific for the Liechtenstein National Museum. Werte Gäste, es ist mir wirklich eine sehr große Freude, dass wir heute diese außergewöhnliche Ausstellung von Wu Wei Zhang eröffnen können. Und insbesondere in der jetzigen Situation, wo ja noch vieles nicht so einfach ist. Es geht schon los mit, dass Transporte viel länger dauern. Und so sind wir wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Dank dem Engagement von dem Künstler und seinen Leuten es schaffen konnten, dass wirklich die Ausstellung heute hier ist. Und das ist natürlich für uns ein sehr großes Glück, insbesondere, weil wir hier natürlich einen der berühmtesten Künstler, zeitgenössischen Künstler von China hier präsentieren dürfen, der vor allem sehr berühmt ist als Bildhauer. Und da wollen wir Ihnen ganz kurz einen Film einspielen als Einstimmung, damit Sie sehen können, in ein paar Minuten sozusagen, was er schon alles Unglaubliches geleistet hat. Und ich bitte dich jetzt, Germain, wenn du den Film zeigen könntest. Und ich bitte dich jetzt, Germain, wenn du den Film zeigen kannst. Und ich bitte dich jetzt. Und ich bitte dich jetzt. und ich bitte dich jetzt. 早在1999年, 所謂中國國家一級博物館的南京博物院 就為年僅37歲的吳維山 建立一個常設展廳《吳維山雕塑館》 此後,澳門理工學院 建吳維山教授雕塑工作室。 2001年, 駱成玉南京大學田家餅楼的 《吳維山雕塑藝術展館》 韓國人際大學建吳維山雕塑公園。 吉利省長川世界雕塑公園 矗立著吳維山創作的大型孔子、老死等作品。 2014年, 山西省太原美術館設吳維山雕塑館, 成立其經典作品。 江蘇無錫建仁解院《吳維山雕塑院》 成立他創作的32位無錫歷史傑出名人塑像。 蘇州火車站, 成立了吳維山另一組氣勢恢弘, 十風浩蕩的作品, 接受過往民眾的禮散。 今天, 吳維山的雕塑作品幾乎遍布中國各個省市, 不斷給人們帶來審美愉悅的體驗。 吳維山的雕塑作品, 讓人百看不厭, 過目不忘, 又往往引人折思。 從孔子、老子、 杜甫、李白、 齊白石到達芬奇, 吳維山用要素講述中國故事, 弘揚中國精神, 為文化塑像, 為時代塑像, 不斷推動不同文明間的交流對話, 塑造出文明交流互建, 人類命運與共的美好願景。 嗯, 嗯, 呃, Jo, ich glaube, dieser kurze Film hat doch sehr eindrücklich dargestellt, dass wir hier einen sehr bedeutenden Bildhauer zeigen und wir sind sehr glücklich, dass wir von vielen seiner auch dann monumental gestalteten Statuen hier sozusagen häufig die ersten Fassungen haben, die im kleineren Format waren, bevor es dann wirklich ganz groß wird und einen sehr schönen Überblick über sein Lebenswerk bisher dadurch erreichen konnten. Und wo ich ihm sehr dankbar bin, wir haben uns das erste Mal vor circa fünf, sechs Jahren kennengelernt und dann immer wieder die Gespräche vertieft. Und eben kam dann so ungefähr vor drei Jahren zu der Entscheidung, dass es wirklich toll wäre, ihn hier zeigen zu dürfen. Und er war damit einverstanden und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir so einen bedeutenden Bildhauer zu zeigen, der versucht sozusagen Kultur zu schaffen für alle und damit auch uns alle verbindet. Das sehen wir vor allem in dem Werk, das hier auch gezeigt wird, von einem buddhistischen Mönch, der in China gelebt hat, zwischen ungefähr 1880 und 1942 und der sozusagen fast parallel ungefähr zur Zeit gelebt hat, wie ein anderer sehr berühmter Lichtensteiner, Josef Gabriel Reinberger, der ein berühmter Komponist war und gleichzeitig Yong Yi, der nicht nur ein sehr großer Künstler und Philosoph und Literat war, sondern auch sehr viele Gedichte geschrieben hat und vor allem Musik geschrieben hat und hier die Verbindung eben zwischen Ost und West sehr schön zu erkennen ist. Dafür sind wir sehr dankbar. Gleichzeitig bin ich ihm persönlich sehr dankbar, was ihn erst überrascht hat, weil er hat mir natürlich, wie auch in dem Film, wo wir gesehen haben, vor allem Skulpturen gezeigt und ich war aber fasziniert auch von seinen Malereien und dass er uns auch Malereien von ihm zur Verfügung gestellt hat, was, glaube ich, was Besonderes auch in dieser Show ist. Ja, soweit von meiner Seite und ich freue mich sehr auf die Grußworte von Herrn Dr. Zhao, Frau Generalkonsul der Volksrepublik China in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Sehr geehrter Herr Dr. Volkoma, Direktor des Lichtensteinischen Landesmuseums, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, liebe Freunde, guten Abend allerseits. Es freut mich sehr, wieder hier im Lichtensteinischen Landesmuseum zu sein und an der Vernissarer Seelensuche, Strukturen und Malereien von Wui-Shan teilzunehmen. Ich bedanke mich für die Anladung vom Herrn Direktor, Prof. Dr. Volkoma. Das Lichtensteinische Landesmuseum und Nationale Kunstmuseum von China haben trotz der Schwierigkeiten mit der Epidemie der Sanger Ausstellung erfolgreich zusammenorganisiert. Im Namen des Generalkonsulats, der Volksrepublik China in Zürich und für das Fürstentum Lichtenstein möchte ich herzlich zur Eröffnung der Ausstellung gratulieren und den Mitwirkenden meinen aufrichtigen Dank und Respekt für ihre sorgfältige Vorbereitung aussprechen. Die beispiellosen Veränderungen der Welt und die Epidemie des Jahrhunderts überschneiden sich und haben unser Verständnis dafür gestärkt, dass die Menschheit eine durch dick und dünn gehende Schicksakgemeinschaft ist. Mehr denn je müssen wir das politische Vertrauen, die wirtschaftliche Integration und die humanistische Interaktion zwischen den Ländern stärken. Der Schlüssel zur Freundschaft zwischen den Nationen liegt in der Nähe zu den Völker und dem Austausch sowie in der gegenseitigen Weltschätzung der Zivilisationen. Als Spracher und Binderglied verbindet die Kunst grenzüberschreitend die Sinne und Herzen der Menschen über die Zeit und Raum hinweg und baut Brücken des gegenseitigen Vertrauens und der Freundschaft. Unter der Leitung von Dr. Volkommel hat das Liechtensteinische Landesmuseum in den letzten Jahren mehrere Ausstellungen mit chinesischen Kulturinstitutionen etc. organisiert, die den Freunden Liechtensteins die Tür zur chinesischen Kultur geöffnet haben und zu Botschafter des kulturellen Austauschs und der gegenseitigen Wertschätzung der Zivilisationen zwischen den beiden Ländern wurden. Professor Wu Ishan ist ein renommierter zeitgenössischer chinesischer Künstler sowie ein Teilnehmer, Praktiker und Förderer des Kunstaustauschs zwischen China und dem Ausland. Die Freihandbildhauerei ist eine Verschmelzung traditioneller orientalischer Maltechniken und westlichen Ausdrucksformen und wir glauben, dass die Gäste und die einzigartige Handwerkkunst seiner Kunstwerke spüren werden. Die in der Tradition und den Ländern von Ost und West verwurzelt sind. Darüber hinaus setzt sich Herr Wu aktiv für die Verbreitung der chinesischen Kultur an und verpflichtet sich, mit allen Anwesenden zusammenzuarbeiten, um zur Förderung der humanistischen Kooperation zwischen den beiden Ländern, zur Entwicklung der Weltkultur und zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation beizutragen. Die chinesische Kultur hat sich wie ein Fluss im Laufe der Jahre herausgebildet, eingesammelt und entwickelt und Generationen von chinesischen Söhnen und Tüchtern ernährt. Sie trägt die grundlegenden geistigen Gehirne des chinesischen Volkes in sich und ist die reiche Nahrung für das chinesische Volk, um weiter zu leben und zu wachsen. Trotz historischer Veränderungen und Dynastien über Tausenden von Jahren hat sich die chinesische Kultur gehalten und ist damit die einzige Kultur in der Geschichte der Weltzivilisation, die ungebrochen geblieben ist. Der Grund dafür ist, dass die chinesische Kultur es geschafft hat, angesichts fremder Zivilisationen sich zu bereichern und weiterzuentwickeln, indem sie alle Anflüsse anbezogen und akzeptiert hat. So befürwortet die traditionelle chinesische Kultur beispielsweise Grundsätze wie Harmonie zwischen Menschen und Natur. Die Schönheit jedes Einzelnen macht einen Teil der gesamten harmonischen Schönheit aus. Und Harmonie trotz Unterschiedlichkeit. Was sich auf den Zuständen der Koexistenz verschiedener Dinge bezieht. Im Bereich der internationalen Beziehungen und der Kommunikation nach außen bedeutet dies, dass die Vielfalt der Weltzivilisationen und die Wahl der Gesellschaftssysteme und Entwicklungswege, die für jedes Land unterschiedlich geeignet sind, respektiert werden. Diese ideologischen Konnotationen und Werte sind auch in den klassischen Welken der Künstler im Laufe der Jahrhunderte in vielfältiger Weise verkörpert. In den letzten Jahren haben sich die Beziehungen zwischen China und Liechtenstein dynamisch entwickelt und sich durch fruchtbaren Austausch und Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet. Letztes Jahr gilt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum siebzigsten Mal. Staatspräsident Xi Jinping und seine Durchlaut Erbens Alois haben Gratulationsschreiben ausgetauscht. Die zuständigen Institutionen in beiden Ländern haben jeweilige Gedenkumschläge bzw. Prüfmarken herausgegeben. Sie sind auch da. Die Exporte von Liechtenstein nach China stiegen in der ersten Hälfte dieses Jahres um etwa 40 Prozent. Und die Importe aus China nahmen um über 30 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahr. Die Praxis hat gezeigt, dass beide Länder ein gutes Beispiel für gleichberechtigte und freundschaftliche Beziehungen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen großen und kleinen Ländern sind. Und wir hoffen, dass diese Kunstausstellung das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft zwischen den Menschen beider Seiten weiterführen wird und dass Menschen aus allen Gesellschaftsgeschichten die Entwicklung der Beziehungen und den freundschaftlichen Austausch zwischen den beiden Ländern weiterhin aufmerksam verfolgen, unterstützen und sich daran beteiligen werden. Wir haben gerade das Herbstmondfest gestern gefeiert, das für ein Teil Schönheit, Glück und Zusammensein steht. Ich wünsche dieser Ausstellung einen vollen Erfolg und Ihnen allen gute Gesundheit und ein glückliches Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Schauer, für die Rede und nochmal die Fokussierung, was ja für uns alle in der Kultur schaffen, sehr wichtig ist, dass wir Kultur verbindet und sollte eigentlich nicht verschließen. Und wir natürlich deswegen sehr glücklich sind, dass wir hier jetzt einen Künstler zeigen können, der eben auch durch seine reiche Erfahrung auch im Westen, West und Ost verbindet. Und man dann sieht, dass es natürlich Gemeinsamkeiten und gleichzeitig auch Unterschiede gibt, was ganz normal ist, aber eben wie besonders wichtig das ist, dass der Dialog eben geführt wird, was er vor allem eben sehr schön ausgedrückt hat, speziell für diese Ausstellung, in dem er den chinesischen Künstler und Komponisten Yong Yi und gleichzeitig speziell für diese Ausstellung auch die Statue von Josef Gabriel Rheinberger geschaffen hat. Ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Christoph Kübler, Mitglied des Stiftungsrates und freue mich schon auf deine Rede. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie im Namen des Stiftungsrates ganz herzlich zur heutigen Ausstellungseröffnung begrüßen. Museen sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln. Sie tun dies für die Besucherinnen und Besucher zum Zwecke des Studiums, der Bildung, des Erlebnisses und der Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses. Zwei Möglichkeiten haben Sie, diesem anspruchsvollen Auftrag nachzukommen. Zum einen können Sie sich auf die eigenen Sammlungen abstützen, denken Sie an die reichhaltige Dauerausstellung im Haus. Zum anderen können die Museumsfachleute das in den letzten Jahrzehnten immer wichtig gewordene Gefäß der Sonderausstellungen heranziehen. Um den Besucherinnen und Besuchern spannende, temporär begrenzte Angebote zu machen, wie heute Abend eben. Die Ausstellung findet auch statt, weil das Landesmuseum einen Grundgedanken verfolgt, nämlich einen aktiven Austausch mit Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden im In- und Ausland zu pflegen. Und diesem Gedanken kommt das Museum dank der Ausstellungsprogrammierung von Direktor Rainer Vollkommer heute Abend mit der Ausstellung Seelensuche, Skulpturen und Malereien von Wu Weijen hochkarätig nach. Talentiert und scharfsinnig nennt Anna Koliva, ehemalige Direktorin der Villa Borghese in Rom, den Künstler Wu Weijen. Oder Dominique de Villepin, ehemaliger Primärminister Frankreichs, entdeckt in den Skulpturen Wu Weijens jene Kraft, die die gar gestellten Persönlichkeiten gleichsam zum Leben erwecken. Zum Leben erwecken. Oder Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagt, Wu Weijens Skulpturen verkörpern nicht nur die Seele einer Nation, sondern die der gesamten Menschheit. Ab heute Abend eröffnet sich somit für die Besucherinnen und Besucher Lichtensteins wie aus den umliegenden Regionen die große Chance, einen großen Künstler kennenzulernen, mit seiner künstlerischen Arbeit in Kontakt zu treten und damit den auch vom Landesmuseum gewünschten kulturellen Austausch zu pflegen. Ganz nach dem Motto Kultur schafft Brücken und bringt sie nicht zum Einsturz. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend im Museum und danke für Ihr Kommen. Vielen Dank, Christoph. Wir kommen dann zu Christine Böhmwalder, Leiterin von der Philatilly Lichtenstein, mit der wir sehr enge Verbindungen haben und immer sehr freundschaftliche, auch über das Postmuseum und es ist immer sehr schön, auch euch sozusagen hier zu sehen. Vielen Dank für dein Kommen. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Freunde der Kunst und Kultur, auch seitens der Philatilly möchte ich ein herzliches Dankeschön für diese tolle Ausstellung aussprechen. Es ist meine Riesenfreude, dass wir uns endlich auch einmal privat und persönlich kennenlernen, nicht nur online, wie im letzten Jahr bei unserer Feier, das ist ganz schön. Und ich weiß, dass das Landesmuseum diese Ausstellung schon sehr lange vorbereitet hat, zusammen mit dem Art Museum in China und mit Direktor Mr. Wu Weishan. Und leider durch die Pandemie ist das nicht zustande gekommen. Auch wir durften für diese Kunstwerke Briefmarken gestalten. Da möchte ich auch ein herzliches Dankeschön sagen, weil ich finde die Verbindung zwischen Kunst, Briefmarken, weil für uns sind die Briefmarken einfach Kunst auf kleinstem Raum und sie vermitteln auch so das Kulturgut von Lichtenstein und da finde ich die Verbindung sehr schön und es ist sehr handlich zum Transportieren. Jeder kann es für sich mit nach Hause nehmen und eine Erinnerung haben. Auch wir haben diese Briefmarken schon sehr lange vorbereitet. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute jetzt diesen Kollektionsbogen möchte ich gerne symbolisch an Sie, geschätzter Generalkonsum Mr. Wu, überreichen und Mr. Chau, Entschuldigung, überreichen. Und wenn wir das jetzt vielleicht machen dürfen, dass ich Ihnen das... Vielen Dank. Dankeschön als Erinnerung. Ja, sicher. Das ist eine Überraschung. Ja, es ist immer gut, Überraschungen zu haben. Vielen Dank, Christine, für deine kurze Rede, aber trotzdem sehr intensive und wichtige und für diese Überraschung des Bogens, was natürlich was sehr Schönes ist. Und wie du eben sagst, Lichtstein ist nicht nur das Königreich der Briefmarken, sondern eben auch, das schafft eben immer noch Briefmarken von künstlerischer Gestaltung allerhöchster Qualität und ist damit Nummer eins auf der Welt. Und wir sind sehr stolz drauf, dass sie das auch immer so weiterhin beibehält und entwickelt. Der Künstler und gleichzeitig eben ja auch Direktor von dem mitwichtigsten Museum von China, dem Nationalen Kunstmuseum in Beijing, wo Vishan konnte leider nicht kommen, was ja häufig passiert bei Künstlern, die so berühmt sind, dass sie verhindert sind. Aber was sehr schön ist, und da bin ich ihm sehr dankbar, er hat uns eine Präsentation geliefert, die wir Ihnen nun zeigen werden und möchte über den Weg zumindest seine Grußworte sprechen. Und die können wir Ihnen jetzt dann gleich zeigen. Vielen Dank. er hat uns auch noch ein bisschen Ehe评论等等 多方面就成就的 哲学博士 专家 我对他非常尊重 那么他邀请我 到 国家博物馆 举办我的雕塑绘画展 我认为 这是对中国 一直的尊重 是希望通过 他们国家的博物馆 来推动中国依存 在世界的影响 特别是我所塑造的 老子孔子 所绘画的 那些中国历史上的人 能在 这个博物馆 与大家 进行一个文明的对话 所以这是我也十分高兴的 一件事情 我的作品 在欧洲 不少国家举办过展览 在德国 意大利 法国 英国等等 但是我认为 这一次到 历史人士人国家去 举办展览 有点特别的意义 因为这是一个美丽 友好的国家 他们盛产 邮票 也就是由邮票为主义 向世界传达 传达友谊 那么同时呢 在这次展览当中 我还为他们国家的 这个著名的英勇大师 这个书相 内因比格尔 内因比格尔 是一个官奉琴 这个方面的大师 同时他也是一个作曲家 我在 这个维他书相 过程当中 也想起来我们中国 一位著名的音乐家 画家 宗教学家 那就是 弘异法师 我觉得 他们两个人之间 有许多可以 共通的地方 因为 他们都从此了 这个宗教方面的 这个艺术探索与研究 在宗教的音乐 和宗教的研究 这方面都很有成就 那么这样两位艺术大师 音乐家 他们这些 这个面对面的 在林志能国家博物馆 对话 我觉得这本身 也是东西方 这个文化的一个交流 同时 互相倾听 各自的心音 然后 通过这种方式 也激励 全世界 人民 来为构建 我们 命运的共同 来接着我们 最美好的家园 这个地球 来做全 我们文化上的贡献 在这次 展览当中 我有一件 小小的作品 叫 《穗童》 这件《穗童》 成立在 2003年 在英国 皇家 或者 潘格林家 他学来很小 但是他表现了 我们最美好的情感 在这里 我也有一个 最老的老人 走进了 这个 立志能 国家博物馆 那就是老子 老子和 最统 他们一个老 一个小 相差 这个 极切林 但是 他们同时 都在 立志能 我觉得 这是 立志能 这个国家的 魅力 因为 它的美好 它的温和 它的温情 它的热情 使我们中国人 喜欢 到那里去 当然 我也作为 中国美术馆的观察 也欢迎 立志能 立志能 国家 这个 派全 英雄的 艺术家的 助陪到 中国美术馆 来展览 谢谢 谢谢 你这个展览 所做的 一起工作的 所有的 朋友 希望 这个展览 能得到 大家的 喜欢 我们 非常感谢 非常感谢 因为 我们 这个 视频 给予 我们 这些 视频 我们 在 我们 在这些 计算 我们 我们 都 说 我们 在 这些 文化 文化 sehr viele gemeinsame Gedanken in der Kultur haben und dieser Austausch natürlich für uns sehr, sehr wichtig ist. Was ganz Besonderes ist, dass er eben extra für diese Ausstellung ja, wie gesagt, diese zwei Skulpturen gemacht hat, die er, wie er sehr schön erklärt hat, eben eine große Verbindung, diese zwei weit entfernt lebenden Personen, Yong-Hee und gleichzeitig Josef Gabriel Rheinberger, dass sie doch vereint sind, deswegen auch expressiv in einem ganz anderen Material wie sonst seine meisten, die er aus Bronze sind, im Messing gegossen hat. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dass er die Statue von Josef Gabriel Rheinberger uns auch schenkt und wir sozusagen damit auch hier etwas ganz Bedeutendes zeigen können, wo uns auch bleiben wird und verbindet. Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, da kennen Sie sich natürlich viel besser aus, sagt Konfuzius, immer ist es sehr wichtig, auch einen Freund in der Ferne zu haben. Und über diesen Weg sozusagen können diese zwei Statuen Freunde bleiben in der Ferne und sind vereint durch die Ausstellung und später aber auch durch das Gedächtnis. Und das ist natürlich was sehr Schönes und was sehr Hochbedeutsames, dass wir dieses in der Form geschenkt bekommen haben. Und das ist wirklich noch ein großer Dank an den Künstler, der eben, wie gesagt, sehr stark versucht, auch immer die Seele in diesen einzelnen Skulpturen zu finden. Und bei der Seele merkt man dann doch, dass wir uns viel näher kommen, als wir denken. Vielen Dank für Ihr Kommen, insbesondere auch an das Generalkonsulat von Zürich in Zürich, weil ich glaube, es ist eine Ihrer ganz seltenen Male, wo Sie jetzt wieder an die Öffentlichkeit getreten sind. Und wir fühlen uns deswegen auch sehr geehrt und vielen Dank, dass Sie auch dabei sind. Und ja, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und hoffentlich auf demnächst. Und die Besucher und Besucherinnen vielleicht, die dieses jetzt verfolgt haben, sind hoffentlich jetzt neugierig gemacht und Sie können wirklich was Besonderes erleben. Und gerade auch bei Skulptur ist natürlich immer sehr wichtig, das vor Ort zu sehen, um die Dreidimensionalität erfassen zu können und damit nochmal einen besonderen Moment haben. Vielen Dank an alle und hoffentlich auf bald wieder. Applaus 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 Applaus